Moin und so Mädels, ich bin's, euer Flushy Zockt und herzlich willkommen zu meinem neuen Video von mir. So Leute, ich möchte euch was wichtiges ankündigen, bevor ihr wegschaltet, bleibt auf jeden Fall dran, weil ich diesen Sonntag um 18 Uhr einen Raum öffnen werde, in Mario Kart 8 Deluxe. Ich hatte ja mal letzte Woche oder so schon mal ein Fahndum geplant, also ja, ich wollte einen Raum öffnen, spontan, aber hab's dann leider vor kurzem abgebrochen, weil ich wirklich, ja, ich war echt down gewesen. Ich konnte es, ich kann es nicht genau beschreiben, aber mir ging es echt beschissen und ja, im Moment mache ich wirklich gar nichts Besonderes so zur Zeit, also ich, ja, ich zocke nur noch fast und sitze nur zu Hause rum fast, also dann ist es ja klar, dass man dann depressiv wird und ja, ich glaube nicht, dass es sich lohnen wird, sich zu entschuldigen, warum ich den Fall nur abgebrochen hatte, weil ich das ja nicht das erste Mal gemacht hatte, also nicht, dass, ja, das ist schon ein paar Mal passiert. Ja, ich versuche nochmal einen Neustart, ich werde, ja, ich versuche wirklich mit euch das durchzuziehen, diesen Sonntag um 18 Uhr, wer sich melden, also ich würde mich sehr freuen, wenn sich welche bei mir melden könnten, die Zeit hätten, also ich habe leider keine Regeln aufgestellt, also die ihr zu beachten habt, also, ja, die wir, bevor ich es vergesse, ich werde drei Kronpries machen, ähm, ja, wie letztes Mal geplant und ich werde leider nur Musik laufen lassen im Hintergrund, also ihr werdet das Gameplay und im Hintergrund Musik hören und nicht meine Stimme, also, wenn das für euch okay ist, also ich glaube schon, dass ihr enttäuscht seid, dass wir nicht so zusammen sprechen können, aber ich bin wirklich, äh, ja, wie soll ich sagen, ich, ähm, bin so ein kleiner Schisser, bin ich ganz ehrlich und, äh, ja, Leute, das war es dann sonst mit dem Infovideo, ähm, mit dem Ankündigungsvideo und, ja, Leute, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen.